Der Bandit hat unser Kollege, dann müssen wir doch gleich mal den Bandit wegfetzen. Ja, ich hab ihn gerade mal bei Fairfight gemeldet. Ach stimmt, geht ja, bei Fairfight melden. Vielen Dank, für deine Hilfe. Bitteschön. Es wäre jetzt loob, wenn ich ihn wegschieße, weil dann meldet er mich, aber... Ich hab mir angeschossen. Anschießen, wer hättest denn töten müssen? Ich hab mir auf den Kopf geschossen, es stand ja immer noch. Der Feind von Geil neu, die Geilte sichern. Nee, ich hab mit dir links auf den Kopf geschossen, mit dir einfach blau geschossen. Jetzt kann ich niemanden heilen. Ich bin da schon, ne? Ja, ich hab uns an. Hast du ihn wieder gemacht? Nee, der lebt doch, unser Fahrrad. Schade. Ja, mach zu den Laden. Lass uns so'n Typ da draußen. Die Geile Lampte, ja. Feinde, ja. Wie überlebt der eigentlich? Was, ne? Wie gesagt, ich hab ihn auf den Kopf geschossen. Hau mal auf den Kopf geschossen. Okay, ich bin mal auf den Weg. Ich lade ein neues Magazin. Feinde, dritter Stock. Konzentriert bleiben. Was nachlassen? Gibt's noch? Gibt's noch? Ganz sorry. Ich hab noch beiden aus dem Sinn geschossen. Ich hab' ich sagte, hä, was will der? Warum schießt ihr auf mich? Aber der ist ja schon nicht heraus. Nein, wir sind übrig. Nein. Ich kann mich nicht heilen, stimmt. Die Feindkämpfer wurden neutralisiert. Haben wir einen Dock an Bord? Schön. Ja, Drecksack. Gibt's noch nicht, aber ich hab auch was draufgerotzt, was das Zeug hält und der lebt immer noch. Schieß doch. Ja. Ab ihn schon. Mach ihn, knall ihn tot. Feindlich, andere. Und die verletzten. Ich schieße mich vor Schuss. Sehr gut. Jetzt gehen sie alle wieder auf uns los, weißt? Was, hat mich schon abgebrochen? Ja, Gott sei Dank. Yay. Chaotenrunde. Yay. Na gut, ich hab fünf Punkte gekriegen, weil ich hab einfach quasi die ganze Zeit auf uns ein Typen geschossen. Was? Ich hab gar keinen Punkt bekommen. Du, das obwohl ich, obwohl ich tatsächlich doch, ich hab ein oder zwei Terroristen hatte. Sogar. Geil, geil. Ach, geil. Aber krass, wie lange der stand. Der Hammer. Alter, der überlebt da mehr Muni als so ein Gegner. Oh, ich bin rausgeflogen. Warte mal, nimmst du noch einen? Ja, ich lade noch einen. Das musste jetzt echt sein, also. Ja, wie gesagt, ich stand wirklich sehr lang und dann ist er irgendwann gefallen und dann hab ich ein paar Mal heute auf die Liste gezielt. Aua. Ja, er war tot. Ich hab ja nicht auf den Kopf gezählt, aber ich bin auf die Eier drauf die ganze Zeit. Alter, der lag. Muss du noch Terroristenjagd oder Multiplayer? Ne, Multiplayer. Und dann Multiplayer gewinnen und dann Kopfschuss. Also gut, dann machen wir nochmal Multiplayer. Ich hoffe, dass der Typ jetzt nicht da auch drin ist, sonst knall ich ihn gleich nochmal ab. Nee, ich glaub, das wäre... Ich glaub, das wäre zu krass. Ich hoffe nur, dass er mich anschreibt. Böse. Dass er böse ist und mich anschreibt. Oh, ne neue Karte. Ja, das ist ja die japanische Karte. Oh, regato. So, und nimm mal den. Weiß ich nicht. Nimmst du einen Rekrut? Ne, einen Jäger. Ja, weil ich hab einige Charaktere ein bisschen aufgebaut. Tatsächlich. Die man verändert. Ja, ich muss aber Punkte sammeln, damit ich jetzt einfach die Charakter ein bisschen aufbauen kann. Ja, das hab ich gemacht schon. Ich hab jetzt 1200 Punkte. Jetzt muss ich nur... Ja gut, da ich halt mich erst um alle Charakter gekümmert hab zu holen, hab ich halt alle Punkte in dem Fall ausgegeben und jetzt sammle ich halt und jetzt kann ich meine Charakter aufwerten. Also haben wir jetzt tatsächlich eine nagelneue Karte, wo wir nicht wissen, wo wir hin müssen. Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Behälter schützen. Wir müssen Schuhe ausziehen, gell? Das ist ja Tradition. Nee, das willst du nicht. Oh ja, nee, bitte nicht. Die Terroristen kommen schon gar nicht mehr rein. Die Fallschufe umgeschnackt worden. Oh, ich hab den Raum für mich entdeckt. Ich bin im rosa Raum. Oh nein, ne Winkelkatze. Ja, er hat nicht lang gewinkt. 5 Sekunden noch. Oh. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter nicht gefunden. Sie versuchen, während des Anwes aufzuspüren. So, holen wir mal ein VHS dabei. Ja, VHS. Ich wollte gerade sagen, hast du eine Videokassette dabei? Ist ja durch. VA, nicht VH. Au. Das Gerät ist in Position. Wenn er mir irgendwas hintergeheirt. Ja, 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 nein. Ja, ja, nein. Hab's das Ding. Sorry, Kollege. Das ist aufgelegt. Ich muss mir da mal was ziehen. Au. Gott, der gute Sarke. Die Gegner haben die Gefahrgut-Behälter nicht gefunden, ich bin tot. Ich bin da draußen. Ich bin da draußen. Die stehen jetzt mit drei Mann rein. Kameras, komm. Ich muss nicht mehr den Behälter zusichern. Ich muss nicht mehr den Behälter zusichern. Ich muss noch Zugriff auf den Bio-Gefahrgut-Behälter verhindern. Der ist nicht wusste, er ist irgendwo am Boden. Ich muss nicht mehr den Behälter zusichern. Ich muss nicht mehr den Behälter zusichern. Die rotzeln, die machen die Dinger alleine weg. Ja, müssen wir halt mal mit einladen. Das sind absolute Profis. Der eine ist, glaub ich, irgendwas mit 160 oder so. Und der andere hat auch irgendwie so 130 oder 140 rum. Die spielen nämlich die ganze Zeit Orain-Catch-Bitches. Schick. Gut, wenn du das Level erreicht hast, können wir das ja auch mal spielen. Der sagt, ich... This is fucking bullshit. Yeah, fucking bullshit. Hast du gesehen? Da steht ein Helikopter auf der Plattform. Den nehme ich. Hau ab. Hä? Nein. Doch. Nein. Ich bin Pilotin. Nein. Guck. Nein. Den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisieren. Ah, guck mal, wer da ist. Lügchen. Ups, habt ihr Toilette entdeckt? Ich geh mit. Schade, so hoch kann man nicht springen. Und ich auf die Toilette. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Kein Leider. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Ja, Gott sei Dank. Ah, glaub ich hab fast entdeckt. Ich hab zumindest fein entdeckt. Die eine Mappe Overwatch hat hier. Ja, ich wurde schon entdeckt. Wo war das Film? Ja, ja. Diese Japan-Karte von Overwatch. Zumindest ein bisschen aufgebaut. Krieg ein Helikopter. Kriegst nicht vom Helikopter weg. Da ist ein Helikopter. Ja, du kannst, du kannst mit dem Wassert. Du kannst kurz mit den Raketen rein. Das ist, das ist ein Wassert. Ja, ich will nicht rein und rein noch frotzen. Hey, boi. Ist unter. Durch. Ui. Was heißt, ui? Man, warum packt der denn in dem Moment, wo ich schieße, ein Messer aus? Wie doof. Ja, ich stehe draußen. Vor dem Fenster. Und wollte eigentlich das für den Klammern können. Ach man, ey. Frustrierend. Ich hab keinen, ich krieg keinen einzigen Kill. Ich weiß nicht, dass ich mir schon irgendwie die Schatz-Deadie schaffen. Ja, ich habe mich auch in Mut. Bein draußen, ja klar. Ah, das ist sie kommen. Jetzt muss er waschen. Ja, das ist nicht mehr viel, außer er schaltet die zwei aus. Dann haben wir auch gewonnen. 15 Sekunden. Ja, das läuft nun mal. Ja, das läuft nun mal. Ah, Mann. Wir kriegen nichts gebacken gerade im Multiplayer. Ah, Mann. 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 Zwei Drohnen habe ich. Schacheldraht ist ausgeladen. Ah, Mann. Ich platziere einen AVF. Starte Störsender. Gerät wurde platziert. Ich bin dran. Ich bin mal das Empfangskomitee. Ah, Mann. Ah, Mann. Ah, Mann. Ah, Mann. Ah, Mann. Noch einen. Wann wurden sie da markiert? Sie sind in Sichtweite. Erste Etage. Ah, Mann. Fuck, fuck. Wo ich nachladen musste. Nein! Die hat ja auch keine Munition mehr drin. Erste Etage. Da rennt einer mit dem Schild rum, übrigens. Unten. Da sollen sie reinkommen. Oh. Das sind zwei mit Schildern. Ziel aktiviert. Erste Etage. Ja, Mann. Ich bin da reinkommen. Ich bin da noch keinem. Ja, Mann. Hm. Wo da draußen sind sie? Hm. Zwei mit Schildern. Das sind nur die letzten zwei mit Schildern. Fuckin' Bild von Montank. Ja, ja. Wir haben auch noch zwei. Ups. Also das heißt auf die Füße schießen, übrigens. Ja, ja, ja. Wo kommen sie her? Da von der rechten Seite. Wir haben ihre Versuche den Behälter zu sichern eingestellt. Oh. Keine Granate oder sowas? Ne, eben nicht. Ich hab einen Mann an Karage. Vorsicht, da links ist noch ein anderer. Ja, es ist noch ein anderer. Ich bin zwei. Ich weiß. Ich hab den rechten davon anvisiert. Der zweite hat mich dann getötet. Hör mir schon klar. Ja. Ich hab beide gesehen. Die waren direkt hintereinander drin. Ich hab schon unten auf die Ziehfüße gezielt, nur... Das ist schwierig da dran zu kommen, wenn da... Ja, ja. ... ein möglicher Gruppel noch davor liegt. Sack, Junge. Schade. Nur gut, in dem Fall verabschieden wir uns trotzdem hier aus dieser Runde, weil... ... da wird nämlich jetzt auch langsam Zeit. Ja. Ne, das war ja nichts für mich. Schade. Ich hab keinen als den Kill gekriegt. Das ist zumindest im Multiplayer. Hm? Im Multiplayer hab ich keinen als den Kill bekommen. Nö, kannst du ja nachher nochmal eine Runde so spielen. Vielleicht schaffst du es dann. Ja, aber ich glaube nicht. Ja, Spielerbesuche enden. Damit brauche ich nicht raus. Die zwei sind nicht schlecht, muss man sagen. Kommen ganz gut. Aber... Ist jetzt nicht so... Bis jetzt noch nicht so mein Fall. Muss ich mich noch ein bisschen anfreunden. Mit den zwei neuen Spielern. Ja, müssen wir mal gucken. Ansonsten mal... Tage machen. Donnerstag oder so. Na gut. Wir haben uns gerade gesagt, wir verabschieden uns. Verabschiede ich mich jetzt auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüssi.